Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute seht ihr ein Baby-Food-Diary und los geht's! Kurz zur Info, Mariella bekommt Brei, feste Nahrung und Familienkost und ein bisschen Baby-Led-Weeding. Also es ist alles gemischt, also für jeden etwas dabei. Falls ihr Fragen habt, stellt sie mir unten einfach in die Kommentare, ich beantworte sie euch gerne. Marielas Frühstück besteht heute aus einer halben Tomate, zwei Vollkorn-Toast mit Frischkäse, da wird sie wahrscheinlich wieder nur einen schaffen und ein bisschen Stadtwurst. Heute bekommt Mariella ein Gläschen, weil Fleisch isst sie ja entweder bei uns mit, aber da ich nicht sehr viel Fleisch mittags esse, beziehungsweise eigentlich gar nicht, kriegt sie Fleisch aus dem Glas. Rahm-Gulasch, ein bisschen Himbeer und Apfelmus, also Äpfel aus unserem eigenen Garten. Und zum Nachttisch möchte ich dann heute nochmal probieren, beziehungsweise generell mal probieren, die Knusperenten von Fruchtbar. Und ihr hört sie quengeln, sie hat Hunger, ich hole sie schnell. Und am Nachmittag gibt es einen Apfel-Blaubeer-Getreidebrei, ein Brokkoli-Röschen, was von meinem Mittagessen übrig geblieben ist, und einen warmen Tee für Mariella, weil sie immer noch erkältet ist. Mariella hat Hunger, wie man sieht, ihr Frühstück besteht wie ziemlich oft, weil es ist das Einzige, was sie momentan isst. Frischkäse, Zwergenwiese, Brotaufstrich, Stadtwurst und ein bisschen Weintrauben, da kaut sie immer drauf rum und spuckt die Schale ab. Heute bekommt Mariella Kloß mit Hackfleischsoße, also hört sich komisch an, aber in unserer Familie ist es Relation, Kloß ja auch mal mit Bolognese-Soße quasi zu essen. Ich habe das Hackfleisch separiert, Mariella hat Hunger, wie ihr hört, weil sie ja nicht gerne Fleisch isst, deswegen habe ich das Hackfleisch separiert, damit sie, falls sie es nicht mag heute, wenigstens ein bisschen was essen kann. Zum Nachtisch gibt es wieder Birne. Gabel da lassen, Mariella, die will nämlich die Gabel immer gleich wegschmeißen. Unser Essen sieht so aus, viel Tomatensauce, ein paar Champignons und zwei Glöße mit Hackfleischsoße. Wer es nicht glaubt, dass es schmeckt, probiert es mal aus. Mariella schmeckt es auch. Ne? Dir schmeckt es auch richtig lecker? Mh, ne? Ja. Als Nachmittags-Snack bekommt sie heute einen Hirsekringel, eine Knusperente und einen Blaubeer-Apfel-Getreidebrei. Mariellas Frühstück besteht heute aus einem Vollkorn-Toast mit Tomaten-Rucola-Streich von Zwergenwiese. Jetzt spricht gerade der Winnie-Pooh. Honigmelone und ein bisschen Stadtwurst. Als Mittagessen bekommt heute Mariella Ofenkürbis, also alles ungewürzt. Hier Vollkornnudeln mit Kürbis-Frischkäsesauce und zum Nachtisch dieses Sommergenuss-Glas von HIP, weil ich vergessen habe, Obst aufzutauen. Das gleiche Essen hatten wir gestern Abend, da zeige ich euch jetzt ein Bild davon. Die Ofenkürbisse hat sie leider nicht gemocht, die hat sie mir wieder rausgespuckt, die werde ich jetzt essen. Als Nachmittagsbrei gibt es heute Johannisbeer mit Birne und Getreide natürlich. Johannisbeeren sind aus dem Garten, eine kleine Knusperente und ein halber Erdbeerriegel von Fruchtbar. Mariellas Frühstück besteht heute wieder aus einem Rottenbrot mit Frischkäse, eins mit dem Zwergenwiese-Brotaufstrich, eine gedünstete Süßkartoffel und eine gedünstete Pastinake zum Knabbern. Das heutige Mittagessen für Mariella ist ein Nocci-Auflauf, den habe ich wieder in einer extra Schale gemacht, in so einer Creme-Brillet-Schale. Für uns eine große Auflaufform und für sie eben so eine kleine, nicht gewürzt. Ich zeige euch gleich, wie es im Teller ausschaut. So schaut das Ganze aus mit Mais und ein bisschen überbackener Käse. Sehr heiß, wahrscheinlich auch zu viel, den Rest ist entweder dann der Papa oder sie kriegt den Rest morgen Mittag. Mal schauen. Als Nachmittagssnack bekommt Mariella heute Blaubeergetreidebrei und Honigmelone. Das ist so viel, da werde ich bestimmt auch ein paar Stückchen abbekommen. Balu hofft, dass ein Stück Melone nach unten fällt. Batsch, Glück gehabt. Deswegen gebe ich Mariella ungern noch momentan ganze Stücke Melone. Mariellas Frühstück besteht heute aus einer Knuspe-Ende, einem Stück Gurke, um zu probieren, ob sie wieder abbeißen kann. Wegen den Zähnchen klappt das Abbeißen nämlich nicht immer. Wenn sie Zahnschmerzen hat, dann beißt sie kurz zu, fängt das Weinen an und kann nicht essen. Dann habe ich kleine Stückchen Gurke gemacht. Das ist ein Roggenbrot mit Zwergenwiese, Kinderstreich. Den gibt es im Bioladen. Das ist so ein Tomaten-Gemüse-Aufstrich. Und hier Philadelphia-Frischkäse. Heute zum Mittagessen gibt es Bulgur mit Tomaten-Soße. Vor zwei Wochen hat sie es noch nicht gemacht. Jetzt isst sie es. Als Vorspeise gab es ein bisschen Pastinake und Kürbis, weil ich nicht wusste, ob sie eben den Bulgur mag. Aber sie isst ihn. Mariela bekommt Himbeergetreidebrei und zum Nachtisch einen halben Fruchtriegel. Von, äh, ich blende es euch ein, von was es ist. Und hier noch so eine Knusper-Ende, die sie mittags auch schon zum Nachtisch bekommen hat. Marielas Frühstück heute. Ein bisschen Stadtwurst kleingeschnitten, Birne und Vollkorn-Toast mit Frischkäse. In zwei Varianten. Einmal so kleine Stückchen, damit sie selber lernt, in den Mund zu nehmen. Weil meistens zermatscht sie das Brot oder schmeißt es runter. Zum Abbeißen und die Birne isst sie wieder mit der Gabel. Wenn man ihr nämlich ein ganzes Stück Birne in die Hand gibt, dann stopft sie sich das ganze Stück in den Mund und verschluckt sich. Deswegen können wir ihr Birne nur in kleinen Stückchen mit der Gabel geben. Warte, 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 warte. So, jetzt. Danke. Hier. Plums, jetzt liegt es am Boden. So kämmert es nämlich. Der Balou freut sich. Heute gibt es zum Mittag Zucchini und Kürbissauce, weil es ist eher sehr wässrig, weil der Kürbis, nee, die Zucchini war sehr wässrig. Und da drin die Bio-Nudeln für Kinder von Hip. Das sind so Tiermotive. Ganz praktisch, muss man nicht klein schneiden. Als Nachtisch gibt es Apfelbrei, der ist sehr stückig, mit ein bisschen Himbeerbrei gemischt. Und Mariela hat Hunger. Hattest du Hunger? Jetzt geht es los. Na, geht es nicht ab? Na, du musst zubeißen. Jetzt seid super. Heute Nachmittag gibt es Birne, da bleibt bestimmt für morgen fürs Frühstück noch was übrig. Und Getreidebrei mit Himbeer, Apfel und Birne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald, meine Lieben. Tschüss. Komma, hier bestem Politik noch was zu klären. Ich bin fast. Cause. Ich bin fast.